Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen, aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Woher weißt du das? Wie kannst du dir so sicher sein? So was weiß man einfach. Am besten wär's, du schicktest selbst einen Mann mit gutem Ruf, der dein Vertrauen hat und unparteiisch ist hineinzuleuchten in diesen dunklen Rattenkönig. Frieden und Glocken. Was man wünschen kann. Keine Teianlagen. Anfangen hier alle Leute total eloquent und schnell und kam mir immer so vor, als wäre ich so langsam einfach. Und das vermisse ich schon. Also manchmal so halt so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.